Paul Berger Limo, eiskalt und frisch, hör, wie nice ist es, ja, die Paul Berger Limo, von einem YouTube-Star in ein Kühlregal, ja, ne Paul Berger Limo. Heyo Leute, CrimeX hier, was geht da mit Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, Leute. Wir sind heute natürlich mal wieder auf Paul Berger RP unterwegs, dem eigenen GTA-Server von Stani, I, CrimeX und Candy, Leute. Und ihr könnt schon sehen, das Weihnachts-Update ist da, es schneit in der ganzen Stadt und überall ist Weihnachts-Deko, Leute. Und deswegen würde ich sagen, wir müssen uns jetzt gleich erstmal ein bisschen warm anziehen, weil wir sind hier absolut noch in unserem Sommer-Outfit, Leute, ja. Aber wir parken uns erstmal schnell ein Auto aus. Leute, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr auch auf Paul Berger RP mitspielen wollt, checkt den Link in der Videobeschreibung, kommt auf unseren Discord. Ganz einfach, Leute, einfach hier mitzocken. Soll man ein Winter-Auto fahren, so den schönen Range Rover hier oder ein McLaren oder G-Klasse? G-Klasse passt natürlich auch sehr gut für den Winter. Oder natürlich, wir nehmen Sportwagen. Oh, komm, wir nehmen unseren Aventador, Leute. Hahaha, wow, 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 wow. Äh, okay, ich glaube, ein Lambo ist jetzt hier nicht mehr so gut im Winter, Leute. Boah, guck mal, wie der hier rumrutscht. Man kann den gar nicht kontrollieren. Okay, ich glaube, der Lambo hat keine Winterreifen drauf. Wir sollten vielleicht doch ein anderes Auto fahren, Leute. Ich sage euch ehrlich, ich glaube, ich bin für G-Klasse. Sieht natürlich schon nice aus. Aber der Range Rover ist natürlich übelst selten. Ich bin ja der Einzige, hier steht zwar im Umlauf 2, aber der andere Spieler, der den hatte, wurde gebannt. Das heißt, ich bin der Einzige hier mit diesem aufgetunten Range Rover Mansory. Deswegen werden wir da mit rumfahren, Leute. Der Wagen ist schon echt flex hier. Also den Wagen haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ausgepackt. Jetzt würde ich sagen, ziehen wir uns noch ein cooles Winteroutfit an. Ich habe natürlich auch noch ein paar Thaler aufgeladen. So, da gehen wir einmal hier Kleidung, einmal ins Kleidungsmenü. Eigentlich sage ich euch, hart auf hart brauchen wir hier so eine Winterjacke, ne? Müssen wir uns eigentlich jetzt hier erstmal eine Winterjacke anziehen. Was gibt es hier denn so schönes? So, oh, so North Face Jacken sind natürlich auch cool. Oder wir ziehen hier mal wieder den Pelz an. Was haben wir hier? Das ist doch auch North Face, Leute. Ist doch auch nochmal hier so eine North Face Jacke. Sind eigentlich echt ganz cool. So mit Rot. Oh, was ist das hier? Ist das hier eine Montclair Jacke oder was? Die sehen ja irgendwie krass aus. Gibt es auch in mehreren Farben? Die gibt es nur in einer Farbe. Aber ich sage euch ehrlich, die finde ich sieht eigentlich sehr krass aus. Den Pelz, den hatten wir uns auch mal geholt. Ist natürlich auch sehr, sehr fresh, Leute. Ist natürlich sehr, sehr fresh. Mit so einem Pelz hier rumzulaufen. Da ist man natürlich hier schon der King, Leute. Boah, Leute. Ich sage euch ehrlich, sollen wir einfach mal das hier anziehen? Dieses rosa Pelz? Ich finde, das sieht irgendwie krass aus. So, anziehen. Zack, kaufen wir einmal hier mit unseren Talern, Leute. Okay, Leute. Ich habe mir jetzt hier diesen weißen Pelz geholt. Irgendwie der rosa geht gerade nicht. Fragt mich nicht, warum, Leute. Und jetzt müssen wir natürlich noch einmal schnell zum Kleidungsgeschäft drüber flitzen. Weil ich habe hier noch irgendwie kein T-Shirt drunter. Ja, das sieht ja noch ein bisschen komisch aus. Aber da würde ich sagen, haben wir jetzt hier schon mal ein ganz cooles Winteroutfit parat, Leute. Wow. Und wir sind nämlich auch gleich noch mit Candy und Flauschi verabreden. Die sind nämlich auch gerade online. Und dann schauen wir mal, was die beiden Paul Berger so vorhaben, Leute. Wow. Und einmal hier schön um die Kurve driften. Woo. Let's go. Hey, Leute. Hier ist wirklich komplett alles zugeschneit in der Stadt. Ich glaube, das ist korrekt geparkt. Kann niemand was sagen dagegen? Und zack, einmal hier rein. Wir haben auch noch hier unsere Bummi-Warnweste an. Die müssen wir natürlich auch noch ausziehen. So. Boah. Leute, also ich sage euch doch schon wieder ehrlich hier. Also unser Outfit passt auf jeden Fall gut zu unserem Auto, würde ich mal behaupten. So. Wisst ihr was? Ich werde jetzt mal Candy anrufen. Ich werde jetzt hier mal Candy anrufen. So. Handy raus. So, Leute. Zack. Wie war denn nochmal unser Pin? Ich habe hier schon wieder vergessen. Viermal die Eins war es. Jetzt rufen wir mal schnell Candy an. Video-Anruf natürlich. Zack. Hier. Yo. Der Anrufbeantworter von King Candy. Du hast keinen Anrufbeantworter. Hallo, Candy. Hallo, wer ist da? Yo, ich bin's. Max natürlich. Ja, Bro. Wie siehst du denn aus? Bist du der Weihnachtsmann geworden oder was? Alter, ich komme gleich zu dir hin, wo du bist. Was siehst du? Wo bist du? Wo treffen wir uns? Ich habe zu tun. Ich muss arbeiten. Was für Arbeiten? Du hast keine Arbeit. Wir alle wissen das. Ich weiß, wo du bist. Ich bin neben dir. Warte mal. Hä? Du bist nicht neben mir. Nee, Wahnsinn. Hä? Leute, Candy will jetzt hier bei mir vorbeikommen oder was? Na gut, wir warten mal, bis der jetzt hier vorbeikommt. Ey, da kommt der. Wirklich schon angeflitzt. Hast du doch keine Winterreifen drauf oder was? Bro, das Auto ist überhaupt nicht für den Winter geeignet. Ich brauche ein Winterauto. Ey, Bro. Guck mal. Ich habe meinen Range Rover. Alter. Steig mal in meinen Rangey ein. Ja, ich lasse meinen Benz einfach stehen. Ups. Warte. Ja. Jetzt. Ey, du musst ja nicht direkt die Scheibe kaputt machen. Ey, Max. Ich brauche ein Winterauto. Ich brauche so ein 6x6 aus einer Kiste bekommen. Ein Winter. Was? Gibt es G-Klasse 6x6 jetzt? Ja, 6x6. G-Klasse. Oh, oh. Der Typ, der mich den Benz geklaut hat, der schreibt mir gerade. Äh, ach, das ist gar nicht dein Auto. Ey, lass hinfahren. Lass ihm eine Ansage suchen. Ja, okay. Wo müssen wir hin? Markier. Ey, Leute. Candy hat Stress. Wir müssen ihm hier wieder aus der Patsche raushelfen. Warte mal auf laut. Du hörst jetzt auch. Warte. Ja, ja. Oh, ach so, ey. Oh, ciao, ciao. Das ist das Pidila gewesen. Du hast einem Polizisten sein Auto geklaut? Oh, nein, ey. Och, Candy, ey. Egal, egal. Was ist der Plan, Max? Boah, guck mal, wie schön der Würfelpark aussieht. Fahr mal zur anderen Seite vom Würfelpark. Ey, Leute, das Weihnachtsupdate hier auf Polo AGP ist ja übernice. Guck mal, da vorne ist eine G-Klasse 6x6 hier vor uns. Guck mal, wie schnell der hier auf dem Schnee fahren kann. Ey, das ist das perfekte Winterauto. Den brauchen wir safe auch. Warte, ich schieße einmal, dass er anhält. Nein, ja, nein. Nicht schießen, nicht schießen. Dann dreht der ab. Wo ist der lang? Ist der hier rechts? Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Oh, Gott. Oh, was hat's für eine Rottkarre? Das Auto platzt nicht. Ey, warum qualmt mein Auto schon? Och, Mann, ey. Falsch, wenn Sie getankt. Jetzt rechts rein. Mein Range ist ja jetzt schon fast kaputt, Leute. Was ist das denn? Wir müssen diesen 6x6 haben. Ja, ey, lass uns. Wo gibt's den? Gibt's den gerade in der Kiste oder was? Hier rechts. Warte, warte, wir fahren hier rechts. Geradeaus jetzt hier rein. Nein. Mein Wagen ist gleich kaputt. Weiter, weiter. Jetzt. Einen noch, jetzt hier rechts. Jetzt hier vor uns muss der sein. Ja. Oh, nee. Er hat wirklich eingeparkt. Warten wir Fragen stellen. Hallo? Hat jemand von euch den Sektor gehabt? Hier sind beide, kann man sagen. Können wir den mal angucken? Ja. Ja, zeigt mal her das Ding. Weck mal her. Glaubt er... Boah. Alter, das ist ein Auto-Candy, ha? Junge. Das ist ein Auto. Im Schnee fährt er gut? Wie viel verkauft ihr den Wagen? Also ich denke mal, something verkauft ihn gar nicht, aber das letzte Angebot für das Auto war 1,5 Milliarden. Ich verkaufe ihn gar nicht. 1,5 Milliarden, das ist ein Milliardärs-Auto. Ja, okay. Also ein Auto wert. In Wert. Ach, du heilige. Das ist krass. Candy, wir brauchen ihn auch. Ein Milliarden-Auto, Max. Checkst du das? Wo gibt es ihn? In der Kiste, ne? Ja, Kiste, Kiste. Ja, komm, Max. Abfahrt. Okay, wir haben eine Mission. Ja, starkes Auto, Jungs. Glückwunsch. Jo, danke. Okay, Max, die Mission ist klar und ich werde noch Verstärkung holen. Wir holen noch Flauschi, wir holen uns Kisten und dann versuchen wir den G-Klasse 6x6 jetzt zu ziehen. Boah, das wird krass. Leute, wir gehen jetzt erstmal noch Flauschi abholen, dann machen wir Kisten. Sorry, Flauschi, aber ruf ihn nicht an. Guck mal, da vorne, da vorne, das ist sie doch. Ist das wirklich? Bamm. Was? Das ist doch Flauschi hier. Die hat doch immer einen rosa Tesla. Flauschi. Guck mal, hier, Tesla gegen G-Klasse. Tesla gegen G-Klasse. Bamm. Flauschi, spring rein, wir haben zu tun. Sollen wir auf mein Anwesen gehen? Ja, okay. Hallo, Jens. Ey, da bist du ja, Flauschi. Ich habe die ganze Zeit geredet, es war auch grün unten. Alter. Du hast uns geprankt, Flauschi. Boah. Ja. Jo, was geht denn hier bei der Handelszone ab? Ja, klar. Junge, wie krass. Junge. Die flexen hier alle ihre Autos. Ja, klar. Bro, moin. Was geht ab? Na gut, okay. Also sieht auf jeden Fall gut aus hier, die Handelszone. So, dann schauen wir uns das Auto des Tages mal. So, Auto des Tages, Freunde. Kann man immer hier bei der Handelszone anschauen. Alter, das Flugzeug hier, oder was? Ja, so ein ultra-Leicht-Flugzeug. Ey, man kann heute ein Flugzeug ziehen. Ey, wie geil. Man kann ein Flugzeug bekommen. Ja. Die kann man sich bauen. Hallo, Travis. Alter, die kriegt man. Junge, Junge, ey. Das ist ja voll nice hier. Ich wusste gar nicht, dass hier so viel abgeht in der Stadt. Klar. Hier ist ja voll das Tuning-Treffen. Wem gehören denn die ganzen gelben Autos da vorne? Wir. Wir gehören sie. Was? Ey, du bist ja voll der Flexer. Also du hier mit der Cap, dir gehören die? Ja, ja. Ey, was hast du denn alles für Autos hier? Urus, G-Klasse, ein Helikopter sogar. Du bist ja richtig rich. Ja, du bist noch zu leider reicher. Aber es gibt eine Sache, die du nicht hast. Ja, ich komme im Morgen. Sechs mal sechs. Und den werden wir uns jetzt gleich... Ja, komm, wir machen jetzt Pack-Opening. Lass versuchen G-Klasse sechs mal sechs zu ziehen. Okay. Wo ist dein Auto? Ja, da hinten. Aber ist der kaputt, müssen wir das reparieren. Tschüss, Jungs. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao, ciao. So, ey, wir müssen jetzt gleich erstmal die Kiste reparieren. Die G-Klasse gibt gleich einen Geist auf hier. Eieiei, hier. G-Klasse. Ich dachte, G-Klasse hält mehr aus hier, Junge. Leute, wird Zeit. Wird Zeit für G-Klasse sechs mal sechs. Junge, ey, der will hier ein G-Klasse-Rennen machen bei uns. Woher weißt du, wo wir hinfahren? Ja, das ist eine gute Frage. Wir werden abgehört. Wir werden abgehört. Gut, jeder weiß ja hier, wo mein Anwesen ist, ne? Ja, weiß ich nicht. Wurde mir das weggenommen, oder was? Das kann sein. Wurde ich zwangsenteignet, oder was? Leute, mein Anwesen wurde gepfändet. Oh, Mann, ey. Du stehst im Grundbuch, das ist dein Haus. Das ist mein Haus. Aber willst du vielleicht irgendwas das Tor zumachen oder so, damit hier niemand reinkommt? Ja, kann ich machen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Also erstmal, weil wir jetzt eh gleich eine neue G-Klasse haben, werden wir jetzt feierlich mit der Lebkuchen-Axt, die ich habe, deine alte G-Klasse zerstören. Hör du sie auch? Natürlich hab ich sie. Wo hast du die her? Woher? Letztes Jahr Weihnachten hab ich die schon. Oh, Guckerstimme. Bam. Aber hast du einen Adventskalender auch, die schon geholt? Äh, ne, die gibt's den Adventskalender auch wieder dieses Jahr. Oh, Bro, na klar, komm, rein da. Oha, oha. Hier, iCryMix Adventskalender. Und den von Stangi gibt's, glaub ich, auch wieder hier. Genau. Zack, kaufen. Ey, das kann ich kaufen. So, zack. Und den kann man jetzt jeden Tag einmal öffnen. Jetzt. Ja. Wow. Der iCryMix Adventskalender. Wie kann ich den jetzt öffnen? Ja, hast du jetzt. Du hast eine Zuckerstange bekommen. Ach so. Aber du hattest die ja schon. Ich mach nochmal einen auf. Das geht nicht. Okay, also gut, die Zuckerstange hatte ich halt schon. Naja, egal. Es geht los, Freunde, es geht los. Wer zuerst zieht... First Try, First Try. Nein, Quatsch nicht, Quatsch nicht. Spaß, da wär auch Walkout erstmal. So ein Quatscher, Leute. Kennen diesen Quatscher. Ich bin gespannt, wer mehr Walkouts hat. Nein. Nein. Ja, ich mach dir das Tor eben auf. Komm mal mit. Fast ein Walkout gehabt. Komm schon. Komm schon, Leute. Schaffen wir es jetzt hier noch, die 50 Kisten? Pff. Nein. Oh mein Gott. Ganz knapp daneben. Ganz knapp daneben, Leute. Wie viel hast du noch? Wie viel hast du noch? Warte, ich hab noch 43. Oha, okay. Wir sind circa gleich auf. Ich hab jetzt auch noch 43. Walkout. Nein. Walkout. Nein, nein, nein. Walkout. Walkout. Nein. Ach, knapp. Ganz knappes Ding. Eine Mütze. Aber für Frauen gibt's keine Mütze. Ha, ha. Deine Ohren müssen frieren. Ich hatte einen Walkout. Wie, wirklich? Ja, aber ich hab mal eine Mütze bekommen. Ey, das wäre so krass, ne? Mann, gönn doch mal einen Walkout, Junge. Was? Ein Autogramm von Candy hab ich bekommen. Let's go. Okay, ich mach auch dir. Ey, Max, du musst diese Hype-Musik an. Nee, es wird eh reingeschmissen. Bro, das ist ein Candy-Autogramm. Ist mit Toilettenpapier zu vergleichen. Was? Mann, kann ich auch mal einen Walkout haben? Bitte, gönn einen Walkout, Leute. Noch drei Minuten. Wir haben noch drei Minuten bis zum Restart, Leute. Oh, das war echt knapp. Schaffen wir es, noch in drei Minuten alles hier wegzuknallen. Oh. Wir machen danach einfach weiter, Max. Ja, oder so. Nochmal 50 danach. Nochmal 50 danach. Also, Bro, bei mir hier leider... Bis jetzt noch nicht... Boah, nein, crime ist sogar... Walkout. 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 Ah, Fahrzeugmotor. Aber ist auch stark. Bro, das sind 30 Millionen. Ja, ist natürlich auch stark, aber was... Wie natürlich, das ist übelst stark. Ja, aber 30 Millionen machen mich nicht ärmer und nicht reicher. Doch, reicher. Ey, Max, sorry, wirklich. Ich hab den Respekt vor dir verloren. Bro. Dann gib mir den... Walkout, Walkout, Walkout. Nein, ich gönn dir nicht. Walkout. Ich gönn dir nicht. Das ist es. Nein. Ja. Nein, er prankt, er prankt, er prankt, er prankt. Spaß, random Oberteil. Och, Mann, ey. Aber in meinem Oberteil. Ich kenn Candy. Ich weiß, wann sein Schreien echt ist, war ein Fake. Was? Wie kannst du das wissen, Max? Bro, wenn ich dich zu gut kenne. Kannst du das wissen? Und weil du ein kleiner Faker bist. Was? Du bist ein Faker. Du bist selber ein Faker, Alter. Warum noch der Hauptgewinn? Ich hatte auch erst eins. Walkout. Ich hatte auch eins. Walkout. Walkout. Kommt schon, kommt schon. Gönn, gönn, gönn. Oh, genau zwischen zwei. Sechs mal sechs. Sechs mal sechs. Sechs mal sechs. Leute, noch ein paar Sekunden, dann ist der Server aus. Nein, 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 nein. Wenn wir vor dem Server-Restart nicht die G-Klasse ziehen, werden wir gebannt. Nein, doch nicht. Oh, das war so knapp. Autogramm von Stani, hä? Da werden wir für immer gebannt. Walkout. 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 So schnell. Walkout, schon ins Weitere. Alter, stark. Oh, eine Hose, ey. Fix-Tool kann man immer gebrauchen. Und die funktionieren bei mir nicht mal, weil es das nicht mit Frauenklamotten gibt. Oh. Komm schon, ich habe nur noch vier Kisten. Ich habe nur noch vier Kisten, Leute. Och, ey, Mann, ey. Bitte. Ja, Walkout, Walkout, Walkout. Nein, nein, nein. Eine der letzten Kisten. Eine der letzten Kisten. Eine der letzten Kisten. Das Märchen ist es komplett, wenn er es schafft. Ich habe leider Candy bekommen. Walkout, bitte. Bitte, 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 bitte. Nein. Nein. Ist auch fake. Ist fake. Nein, nein, nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, Leute. Let's go. Ey, nein, ich gönne ihm nicht. Ich gönne ihm so nicht. Blauschi, dir hätte ich gegönnt. Wir müssen weitermachen. Wir brauchen alle eins. Wir müssen jetzt schnell weitermachen. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Wir müssen jetzt schnell weitermachen. Ey, yo. Warum hat er denn jetzt die G-Klasse bekommen? Candy, ich habe einen richtig guten Deal für dich. Wir tauschen. Ja. Du bietest deinen G-Klasse 6x6 und... Hör doch mal auf, jetzt aufzumachen. Rede doch mal mit mir. Ja, ich rede doch, ich rede doch. Du bietest deinen G-Klasse 6x6 gegen eine normale G-Klasse. Das ist natürlich ein krasser Deal, ne? Ich hole mir lieber noch einen. Ey, Bro, wie random das war. Ey, oh mein Gott. Ich habe nur noch 30 Kisten. Oh Mann, ich will auch die G-Klasse 6x6 haben, Leute. Ich auch. Boah, so in rosa würde schon crazy aussehen bei Blauschi. Ach, jetzt, Blauschi, komm, wir müssen ihn ganz schnell ziehen, bevor er wieder da ist. Sonst flext er uns jetzt hier an. Während er weg ist, haben wir es. Dann siehst du im Bildschirm. Schnell, 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 schnell. Mit Liebe. Ich bin da, seid ihr ready? Nein. Ey. So, hier. Oh, ja, Dürkchenwagen. Was geht? Au, au. Machst du dich um. So, ich rede nur mit 6x6 Besitzern. Warte mal, ich gucke mir das mal an hier. Ja, der sieht schon saftig knaftig aus hier natürlich. So, dann mache ich erstmal hier so. Kennzeichen, CDY. Blauschi, komm, schnell, 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 schnell. Wir müssen uns ranhalten. Ja, wir müssen das jetzt auch sehen. Ich habe noch 19 Kisten. Candy, gib mir die Autoschlüssel. Das ist jetzt meine G-Klasse. Was? Wirklich? Ja. Sag, das ist nur Spaß. Nein. Ja, mit den Autoschlüsseln. Du willst mir das Auto klauen? Ja. Weißt du was, du kriegst das Auto, aber weißt du, was du auch kriegst? Was denn? Du wirst irgendwann einen Biss von meiner Lebkuchen-Axt bekommen. Ah, okay, okay. So, komm her. So. Oh, Leute, wir müssen echt versuchen, den zu ziehen. Willst du einen Schlüssel jetzt haben oder nicht? Nee, ich kann ja auch so fahren. Alles gut. Wir müssen echt versuchen, den zu ziehen, Leute. Geh doch mal. Aua. 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 Das war meine letzte. Nee. Aua, ich stehe. Max. Ich will einsteigen. Aua. Steig ein, Flauschi. Schnell. Ja. So, yeah. Jetzt, das machst du jetzt. Ich bin auf dem Gipsch. Ach. Boah, das ist mit G-Klasse 6x6. Das Ding brennt dann überall drüber. Aua. Ich werde angerufen von der Polizei. Nee, nee, nee. Helde mich mit. Boah. Boah, guck mal, wie Offroad. Das ist ja komplett krass. Guck mal, das kann voll Offroad ballern. Boah. Woo. Okay, steig ein, Candy. Naja, Leute, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal mit der G-Klasse 6x6. Echt ein krasses Auto. Sei Candy auf jeden Fall nicht gegönnt. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Kommt auf paulbergerrp und dann würde ich sagen, bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crymax. Wir sehen uns beim nächsten Mal.